Herzlich willkommen! Wir freuen uns darauf, Ihnen heute unsere Müllverbrennungsanlage zu zeigen. Sie leistet einen zentralen Beitrag zur fachgerechten und umweltfreundlichen Abfallentsorgung in der Landeshauptstadt und zählt zu den effektivsten und saubersten Anlagen in Deutschland. Zusammen mit dem Kraftwerk-Flingern bildet die Müllverbrennungsanlage eine Einheit für die klimafreundliche Erzeugung von Strom und Fernwärme nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung. Bevor es losgeht, noch einige Hinweise für Ihre Sicherheit. Bitte beachten Sie, dass den Anweisungen des Betriebspersonals immer Folge zu leisten ist. Ein Schutzhelm ist bei unserer Führung Pflicht. Sie leiden unter Höhenangst? Sprechen Sie vor dem Rundgang Ihre Begleitperson an. Tragen Sie offene oder hohe Schuhe? Informieren Sie bitte Ihre Begleitperson. Unser Weg führt unter Umständen über Gitterroste oder unebenes Gelände. Bitte halten Sie die Augen auf und bleiben Sie auf dem vorgesehenen Weg. Elektronisch betriebene medizinische Geräte sind in vielen Anlagen nicht zugelassen, zum Beispiel Herzschrittmacher oder Insulinpumpen. Informieren Sie bitte Ihr Begleitpersonal. In unserer Anlage herrscht ein generelles Rauchverbot. Keine Hebel, Knöpfe und Anlagenteile berühren. Beachten Sie Hinweisschilder. Achten Sie auf den Fahrzeugverkehr. Begeben Sie sich nie hinter rangierende Fahrzeuge. Film- und Fotoaufnahmen sind nur in Absprache mit dem Begleitpersonal gestattet. Sobald Sie einen Räumalarm hören, gehen Sie mit der Gruppe zum Sammelplatz. Folgen Sie den Fluchtwegen. Diese sind gekennzeichnet. Im Brandfall keinen Aufzug nutzen, sondern die Fluchtreppen. Sollte es zu einem Notfall kommen, bleiben Sie bei der Gruppe und rufen Sie die 0211 821 6866. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei unserer Führung.